Perfekt! Moin moin Leute, was geht mal wieder? Youtube Gamescom ist hier am starten so und ich spiel heute mal eine kleine Runde Call of Duty Moana Warfare 3 Mann Mit dem PSN Freund, äh Captain The Flagman Und ja, mit wem zeig ich heute? Es ist der Monkey Fist 1000 Und da hat noch jemand einen zweiten Controller Es ist die Monk, der ist der Monkey Fist 1000 Boah, ist mir nicht voll versprochen So, und P45 rein, los geht's digger! So, was sind die denn? Muss ich auch mal finden digger Ah, das ist mein zweites Video jetzt Let's Play Video 2013 Was ich heute hochladen, Mann So digger Perfekt! Da hast du keine Chance gegen die UMP45 Uuuuuh, ach man, Alter Am besten ist es, wenn man als Team operiert, Mann Da hab ich nicht so... Bin ich nicht so schnell frei, oder? Für die Leute Wollen wir erstmal finden Wo ist der Monkey? Da ist Monkey, da ist Monkey digger Schaut ihn euch an, Alter Und da ist der... Da ist der... Bro Gamer So... Achtung, jetzt kommt mal der Bodyguard hier Oh! Bodyguard hat nichts mal gerissen 7 Sekunden digger Los, 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 los Alter Ich... Ich nehm mir gleich andere Waffen, wenn das so weiter geht Aber, Leute Ein Kill hab ich schon, zweimal gestorben Ist ne gute KD Oh! Oh! Mama Mia! Die hocken da oben, Alter Was natürlich ist gut, wenn ich mir Sniper hätte Aber hab ich leider mit eingepackt Äh! Schön auf die Beine, Alter Das ist... Das ist YouTube Gamescom Style Ach, Mist, ich wollt grad auf die Beine schießen, Alter Da kam der Kevin X 600, Alter Oh, yeah Hat mich schnell weggewirnt So, Digga Guck mal mal Ah, Scheiße Jetzt hab ich grad auf mein Handy geguckt, Alter Und da kam der Feind, Alter Schon Da kam der Feind schon, Digga So Ja, wie schon gesagt Ich muss jetzt meine Klasse wählen Äh, ändern Nimm mal einfach mal die Striker in der nächsten Runde Na Striker kannst bestimmt was reißen So Ja, Mann Jetzt hab ich die Striker Jetzt seid ihr... Jetzt seid ihr erledigt, Digga Ja So, jetzt gewinnt unser Team Ja, nach oben, Digga Oh, was liegt denn da? Dachte schon so ein Feind, Mann So Oh, Scheiße Mann, erschreckt mich doch nicht so Alter, ich werd dir nur weggefetzt, Alter Das rollt natürlich Buch Nulls 2012 Nein, man schreibt, dass ich sehr schlecht zocke Ja, das war's auf jeden Fall wieder Von eurem Mütigremskirm auf der Playstation 3 Ich hoffe es euch gefallen Bis zum nächsten Mal See you later alligator So